Ich spiele jetzt ein Lied aus dem Film Pane e Tulipane, Brot und Tulpen. Da gibt es eine Szene, wo sie das Akkordeon vom Großvater findet und dann dieses Lied, was sie immer gehört hat, spielt. Ich probiere, ob ich das auch kuchen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020